hallo leute und willkommen zu einem neuen video jetzt ist freitag und die reise nach istanbul beginnt wir werden gleich vom taxi abgeholt dann geht es zum flughafen und wegen der zeitverschiebung kommen wir am abend in isambul an um 15 uhr geht der flieger los um 19 uhr kommen wir an und heute ist nur ein checken im hotel geplant also viel spaß beim zuschauen security check over sie haben die substanzen nicht gefunden auch und auch 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 Jetzt im Hotel, hier ist die Tür und jetzt kommt die riesige Roomtour. Das ist der ganze Raum. Ich habe jetzt den Weitwinkel an. Der Einkasten. Ich kann euch zeigen, ich gehe jetzt 1, 2, 3 Schritte und ich bin schon an der Wand. Da ist noch das Klo mit Dusche in dem Box da drin. Da muss man sich dran gewöhnen. Ich habe wieder auf Weitwinkel. Das ist das Bad. Dusche. Ja, günstig und das reicht, würde ich sagen. Ist stabil. Guten Morgen, Freunde. Ich habe nicht wirklich viel geschlafen. Zuerst von 1 bis 3 oder so, weil wir nicht richtigen Schlaf gehabt irgendwie. Und jetzt dann noch einmal von halb 8 bis halb 10 noch bisschen schlafen können. Also bis jetzt muss ich sagen, schwache Leistung von Istanbul und schwache Leistung von dem Hotel. Aber man macht das Beste draus. Also starten wir mal den zweiten Tag, Samstag ist. Und jetzt. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. Wir haben ein paar Lastu, wie das heißt. Und wir sind jetzt hier essen. Ich kann euch nicht sagen, wie das heißt. Ich habe einmal hier einen Kebapspieß und einmal Chicken mit Lamm gemischt. Der ist bisschen scharf auch. Dann das Reis, Normal und Brot. Und ich muss sagen, das schmeckt so geil. Also genau das habe ich mir gewünscht in istambul zu essen und es ist einfach perfekt so freunde ich hoffe das erste video aus istambul hat euch gefallen als nächstes kommt der stadion vlog und dann noch ein drittes video liken kommentieren abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten mal also ciao